Die Behandlung der Wangenknochen, das ist eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier durchführen. Hier sieht man einen Schnellvorschau, bevor wir mit der Therapie anfangen. Und die Behandlung beginnt an zwei Stellen oder an drei, meistens am Wangenknochen, an der Joe-Line und an der Gesichtsverschmälerung, so dass man das optimale Ergebnis hat und eine schöne weibliche Figur hat. Das ist das, was die Schönheitschirurgie hier ausmacht, ohne OP das Ganze, mit einem wundervollen Ergebnis, das die Patientin gerade auch sieht.